Sicher kein gewöhnlicher Subwoofer ist der neue NUSAB XW800 Slim von Lubert, den der Hersteller selbst als Überallwoofer betitelt, da er mit enorm flexiblen Aufstellungsmöglichkeiten und schlanker Bauweise daherkommt. Diese ist zweifellos das auffälligste Merkmal und dass man den Sub daher perfekt unter dem Sofa verstecken kann, ist sofort ersichtlich. Darüber hinaus bringt er aber weitere praktische Eigenschaften mit, die die NUSAB XW800 Slim als echten Universalisten mit großem Anwendungsspektrum auszeichnen. Eine außerordentlich hohe Leistungsfähigkeit und die intelligente X-Room Calibration zur Anpassung an den Hörraum gehören ebenfalls zum Ausstattungspaket des preislich attraktiven Flachsubwoofers. Grundsätzlich ist der NUSAB XW800 Slim als Bassreflex Subwoofer in Downfire Bauweise ausgeführt. Das Chassis strahlt also nach unten zum Untergrund hin ab. Die Bassreflexöffnung befindet sich seitlich. Zusätzlich zu den Möglichkeiten, den Sub unter oder hinter einem Möbelstück zu verstecken, kann er auch vertikal aufgestellt und sogar dank der Schlüssellochaufhängungen an der Wand montiert werden. In jedem Fall sorgen zwei Metallschienen an der Unterseite für den notwendigen Abstand. In Zahlen ist der Flachsubwoofer lediglich 14 cm hoch, 54 cm breit und 40 cm tief. Nicht nur bei Lage und Position zeichnet sich der NUBAT Flachsubwoofer durch hohe Flexibilität aus. Dank des Funkstandards X-Connect kann er drahtlos mit anderen Produkten der NUBAT X-Plattform gekoppelt werden. Darunter Lautsprecher der Nupro X-Serie, Soundboards und der Verstärker NU-Connect AMP-X. Mit dem Adapter NU-Connect TRX arbeitet der NUSAB auch mit AV-Receivern anderer Hersteller drahtlos zusammen. Lediglich ein Stromkabel führt dann noch zum NUSAB XW800 Slim. Das Chassis ist mit 22,4 cm bemessen und eine Weiterentwicklung des Polypropylentreibers, der auch im NUSAB XW700 zum Einsatz kommt. Mit seinen 180 Watt Nennleistung bildet der Flachsubwoofer Bässe bis zu einer unteren Grenzfrequenz von 36 Hz, minus 3 dB, ab und liefert in der Praxis eine wirklich sehr kraftvolle, voluminöse Tiefton-Performance mit erstaunlich tiefem Fundament ab. Beinahe sensationell ist die gebotene Maximallautstärke, auch größere Räume können trotz seiner Kompaktheit souverän beschallt werden. Die NU-BAT-typische Soft-Clipping-Funktion sorgt für eine milde Annäherung ans Limit, so kommt es nicht zu unschönen Übersteuerungseffekten bei hohem Pegel. Keine Frage, bei massiven Bass-Spektakeln bieten Komponenten wie ein NUSAB XW900 oder XW1200 noch mehr Potenzial. Für seine Größe aber liefert der Flachsubwoofer eine erstaunliche Performance. NU-BAT kitzelt hier lieber nicht das letzte Quäntchen an Tiefgang heraus, sondern setzt auf eine stimmige und eindrucksvolle Gesamtleistung, die sowohl beim Musikgenuss als auch beim effektvollen Actionspektakel dank hoher Impulstreue und Präzision ein authentisches Erlebnis bietet, aber auch schlicht viel Spaß bereitet. Damit der flexibel aufstellbare NUSAB XW800 Slim in jeder Lage, jeder Position und in jedem Raum sein volles akustisches Potenzial ausschöpfen kann, ist die NU-BAT X-Room Calibration an Bord. Der auf den Tieftonbereich zwischen 30 und 160 Hz spezialisierte Room EQ eliminiert effektiv räumliche Störeinflüsse, Dröhnen und Schalllöcher. In wenigen Schritten führt die NU-BAT X-Remote App durch die Einmessung. Der Subwoofer gibt ein Testsignal aus, das Smartphone nimmt dies auf und ermittelt die bestmögliche Audio-Tuning-Kurve. Die Kurve wird dann auf den Lautsprecher übertragen und bleibt dauerhaft im DSP gespeichert. Voraussetzung ist ein iOS-Gerät. Für Android-Smartphones bietet der Hersteller das optionale XRC-Android-Interface an. Der Subwoofer kann mit der X-Remote App auch gesteuert werden. Flink lassen sich hier Pegel, Phase und Tiefpass einstellen. Natürlich kann man die Einstellungen auch direkt am Gerät vornehmen. Neben den Anschlüssen ist ein Drehregler mit Drucktaste integriert. Unterschiedliche LED-Farben zeigen an, welchen Parameter man gerade verändert. Die zum NUSAB XW700 und XW900 identische Verstärkerelektronik ist, ebenso wie das große Chassis nebenan sauber in die Unterseite integriert. Auch sonst präsentiert sich der preislich attraktive Woofer mit einem sehr hochwertigen Finish in makelloser Schleiflackoberfläche mit gerundeten Kanten und angenehmer Haptik. Der NU-BAT NUSAB XW800 Slim ist bemerkenswert. Die Flexibilität und Vielseitigkeit bei der Positionierung ist das eine. Er passt praktisch überall hin und stört optisch nirgendwo. Dass er aber auch akustisch derart performant, mit hoher Kraft, Volumen und Präzision aufspielt, hat uns regelrecht erstaunt. Die Verwendung der innovativen X-Room Calibration, die nicht nur mit positiver Auswirkung auf den Klang, sondern auch einer einfachen Handhabung überzeugt, lohnt sich in jedem Fall. Bei der Verarbeitungsqualität gibt es sich ebenfalls keine Blöße und präsentiert sich insgesamt mit einem äußerst attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Den ausführlichen Testbericht in Textform findet man auf ariadvd.de.